In der Videoreihe Vektoren von x hoch n beschäftigen wir uns nun mit Ebenen. Bei der Vektorrechnung haben wir es oft mit der Lösung von Gleichungssystemen zu tun. Ein bewährtes Verfahren zur Lösung von Gleichungssystemen ist das Gauss-Verfahren. Bevor wir uns also mit Ebenen beschäftigen, möchte ich Ihnen also zunächst das Gauss-Verfahren vorstellen. Nachstehend haben wir ein Gleichungssystem, das in der sogenannten Stufenform vorliegt. Stufenform deshalb, weil dieses Gleichungssystem solch eine Stufe bildet. Ist ein Gleichungssystem in der Stufenform vorgegeben, so lässt sich die Lösung leicht angeben. In der dritten Gleichung haben wir es nur mit einer Variablen zu tun. Diese Gleichung stellen wir nach dieser Variablen um. Ich dividiere diese Gleichung durch 3 und erhalte eine Lösung für x3 gleich 1. Diesen gefundenen Wert für x3 setze ich nun in die Gleichung 2 ein und ich habe wieder eine Gleichung mit nur einer Variablen. Die Gleichung kann ich dann nach dieser Variablen umstellen. Es ergibt sich x2 plus 2 mal 1 gleich 2. Ich subtrahiere 2 und ich erhalte für x2 den Wert 0. Die gefundenen Werte für x3 und x2 setze ich nun in die Gleichung 1 ein. Ich habe dann wieder eine Gleichung mit einer Variablen. Diese Gleichung stelle ich dann nach dieser Variablen wieder um. Es ergibt sich x1 plus 3 mal 0 minus 2 mal 1. 3 mal 0 ist 0, 2 mal 1 ist 2. Ich erhalte x1 minus 2 gleich minus 3. Ich addiere 2 auf beiden Seiten und ich erhalte für x1 den Wert minus 1. Ziel des Gauss-Verfahrens ist es nun, ein Gleichungssystem in die Stufenform zu bringen, um dann die Lösung leicht zu bestimmen. Die Verfahrensschritte des Gauss-Verfahrens stelle ich Ihnen an diesem Beispiel einmal vor. Erlaubte Umformungen bei dem Gauss-Verfahren sind Tauschen der Gleichung, Multiplikation einer Gleichung mit einer Zahl ungleich 0 und Addition oder Subtraktion des Vielfachen einer Gleichung zu einer anderen Gleichung. Zunächst sortiere ich diese Gleichung nach den Variablen und bringe vorher die Variablen einer jeden Gleichung auf einer Seite. Ich erhalte dann folgendes Gleichungssystem. Bei der Gleichung 1 erhalte ich x1 plus x2. x3 habe ich auf die andere Seite gebracht, indem ich x3 subtrahiert habe, also minus x3 gleich 6. Für die zweite Gleichung erhalte ich 2x1 plus 3x2 plus x3 gleich 5. Und für die dritte Gleichung erhalte ich, ich habe hier 3x1 addiert und 4 addiert, 3x1 plus 2x2 plus x3 gleich 4. Die Variablen stehen nun alle auf der linken Seite und untereinander. Ich versuche nun, dieses Gleichungssystem in die Stufenform zu bringen. Um die Variable x1 in der zweiten Gleichung zu eliminieren, wird von der Gleichung 2 das Doppelte von der Gleichung 1 subtrahiert. Also minus 2 mal der ersten Gleichung. Dann fällt nämlich genau die Variable x1 weg. Die erste Gleichung schreibe ich wieder hin. Hier subtrahiere ich bei der zweiten Gleichung das Doppelte von der Gleichung 1. 2x1 minus 2x1 hebt sich auf. 3x2 minus 2x2 ergibt x2. x3 plus 2x3 ergibt plus x3. 5 minus 12 ergibt minus 7. Nun möchte ich in Gleichung 3 ebenfalls die Variable x1 eliminieren. Dazu subtrahiere ich das Dreifache der Gleichung 1 von der Gleichung 3. Von 3 wird das Dreifache von 1 subtrahiert. Das schreibe ich noch einmal neben der Gleichung 3. Es ergibt sich 3x1 minus 3x1 hebt sich auf. 2x2 minus 3x2 ergibt minus x2. x3 plus 3x3 ergibt 4x3. 4 minus 3 mal 6 ist 18. Also 4 minus 18 ergibt minus 14. Nun möchte ich die Variable x2 in Gleichung 3 eliminieren. Dazu addiere ich zur Gleichung 3 die Gleichung 2. Also plus 2. Die ersten beiden Gleichungen schreibe ich hin. Minus x2 plus x2 hebt sich auf. 4x3 plus 3x3 ergibt 7x3. Minus 14 plus minus 7 ergibt minus 21. Nun habe ich das Gleichungssystem in die Stufenform gebracht und kann die Lösung schnell angeben. Aus Gleichung 3 ergibt sich x3 durch Division durch 7 zu minus 3. Diesen Wert setze ich nun in Gleichung 2 ein und kann so x2 bestimmen. Ich erhalte x2 plus 3 mal minus 3 ist minus 9 gleich minus 7. Ich addiere 9 und ich erhalte x2 gleich 2. Die Werte für x2 und x3 setze ich nun in Gleichung 1 ein und ich erhalte x1 plus 2 minus minus 3 gleich 6. x1 plus 5, denn 2 plus 3 ist 5 gleich 6. Ich subtrahiere 5 und ich erhalte x1 gleich 1. Ein weiteres Beispiel. Wir schauen uns nun ein Gleichungssystem an, das keine Lösung hat. Dieses Gleichungssystem ist schon sortiert, das heißt die Variablen sind in der richtigen Reihenfolge und alle Variablen sind auf einer Seite und die einzelnen Variablen stehen richtig untereinander. Dieses Gleichungssystem möchte ich nun in die Stufenform bringen. Erlaubte Umformungen sind dabei Tauschen der Gleichung, Multiplikation einer Gleichung mit einer Zahl ungleich 0 und die wichtigste Umformung Addition oder Subtraktion des Vielfachen einer Gleichung zu einer anderen Gleichung. Im ersten Schritt möchte ich x1 in der Gleichung 2 eliminieren. Dazu subtrahiere ich von dieser Gleichung die Gleichung 1. Die erste Gleichung schreibe ich wieder hin. Für die zweite Gleichung erhalte ich x1 minus x1 hebt sich auf. 2x2 minus x2 ist x2. x3 minus minus x3 ist x3 plus x3 ist 2x3. 0 minus 0 ist 0. Ebenso möchte ich jetzt in Gleichung 3 die Variable x1 eliminieren. Dazu subtrahiere ich das Doppelte der Gleichung 1. Die ersten beiden Gleichung schreibe ich hin und ich erhalte 2x1 minus 2x1 hebt sich auf. 2x2 minus 2x2 hebt sich auf. Minus 2x3 minus minus 2x3, also plus 2x3 hebt sich auf. Auf der linken Seite halte ich 0. 1 minus 2 mal 0 ist 1. Ich erhalte also 0 gleich 1. Egal welche Werte ich für x2, x3 und x1 wähle, die dritte Gleichung ergibt immer 0 gleich 1. Das heißt das Gleichungssystem kann nicht gelöst werden. Das Gleichungssystem hat keine Lösung. Wenn ich bei der Umformung des Gleichungssystems auf eine falsche Lösung treffe, so hat das Gleichungssystem keine Lösung. Ein Gleichungssystem kann eine Lösung haben. Ein Gleichungssystem kann keine Lösung haben. Ein Gleichungssystem kann aber auch unendlich viele Lösungen haben. Dazu hier wieder ein Beispiel. Ich habe folgendes Gleichungssystem. Die Variablen sind schon alle auf der linken Seite und sortiert und stehen untereinander. Im ersten Schritt möchte ich in Gleichung 2 x1 eliminieren. Dazu subtrahiere ich von der Gleichung 2 die Gleichung 1. Die erste Gleichung schreibe ich wieder hin. Für die zweite Gleichung erhalte ich x1 minus x1 hebt sich auf. 3 x2 minus x2 ergibt 2 x2, minus 2 x3 minus x3 ergibt minus 3 x3, 3 minus 1 ergibt 2. Bei der dritten Gleichung möchte ich ebenfalls x1 eliminieren. Dazu addiere ich das Doppelte der Gleichung 1. Plus 2 mal 1. Die ersten beiden Gleichung schreibe ich wieder hin. Und für die dritte Gleichung erhalte ich minus 2 x1 plus 2 x1 hebt sich auf. Minus 2 x2 plus 2 x2 hebt sich auf. Minus 2 x3 plus 2 x3 hebt sich auf. Auf der linken Seite halte ich 0. Minus 2 plus 2 ergibt 0. Eine Variable kann ich frei wählen. Eine mögliche Lösung neben vielen anderen ist dann, wenn ich für x3 gleich 1 wähle, erhalte ich aus der zweiten Gleichung für x2 den Wert 2,5. Ich setze in die zweite Gleichung einfach für x3 den Wert 1 ein und stelle nach x2 um. Die Werte für x3 gleich 1 und x2 gleich 2,5 setze ich in die erste Gleichung ein. Diese Gleichung stelle ich dann nach x1 um und erhalte den zugehörigen Wert für x1 gleich minus 2,5. Eine mögliche Lösung dieses Gleichungssystems ist also minus 2,5, 2,5 und 1. Für x3 kann ich aber jede mögliche Zahl wählen, sodass ich ganz viele Lösungen für dieses Gleichungssystem bekomme, nämlich unendlich viele Lösungen. Ergibt sich bei der dritten Gleichung eine wahre Aussage, so hat das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen. Ergibt sich bei der dritten Gleichung eine falsche Aussage, so hat das Gleichungssystem keine Lösung. Ergibt sich bei der dritten Gleichung ein Wert für die dritte Variable, so kann ich die mögliche Lösung berechnen. Kommen wir nun zu unseren Ebenen.